Nummer 1 What the fuck wie viele Abonnenten Ihr seid wirklich die besten Abonnenten So hallo Leute und herzlich willkommen Ich habe jetzt schon tausendmal dieses verfickte Video aufgenommen Im Ernst das ist kein Witz Ich habe jetzt ungefähr schon 3 Stunden in dieses Video investiert Aufnahmezeit Und jedes Mal ist was schief gelaufen Also Nummer 1 Mikro war nicht angesteckt Nummer 2 war Mikro war hochgeklappt Nummer 3 war Mikro war gemutet Und jetzt geht es los Ja ich bin jetzt gar nicht mehr ganz so gut drauf Das ist schon irgendwie beschissen Keine Ahnung wie oft ich das jetzt aufgenommen habe Und das ist halt irgendwie Scheiße 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 Und ähm Also die Runde geht eigentlich schon lange Dann habe ich geläftet und neu aufgenommen Dann da hatte ich eigentlich schon 100 Kills Jetzt bin ich erst wieder bei 46 Ist mir gerade aufgefallen Ähm dass das halt irgendwie Ich habe kurz äh bisschen was umgestellt wegen dem Sound einstellen Lol Okay ich dachte schon ich bin jetzt ganz langsam Ähm also ich werde gleich runterhüpfen und loslegen Ich hoffe mal diesmal läuft nichts schief Ich habe tausendmal über dasselbe Thema gesprochen Das bedeutet aber auch dass ich jetzt das Thema also jetzt Für euch noch besser rüberbringen kann Als ich es vorher gemacht hätte Ähm Weil ich jetzt schon ein bisschen Oh 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 sorry 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 Mit dem mache ich es hier Ähm Ähm weil ich jetzt schon ein bisschen Skill im Spiel habe Und mich auch aufs Thema konzentrieren kann Also Nummer 1 What the fuck wie viele Abonnenten Ihr seid wirklich die besten Abonnenten Und Äh ich finde das einfach arg Über Nacht von 84 Plötzlich 244 Abonnenten zu haben Ihr seid einfach nice Die besten Abonnenten die man sich vorstellen kann Wirklich 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 nice Ähm Komm warte Ich mach den da jetzt noch kalt Oder du machst das Machst du das Zill Zill Ähm Also Dann kommt Dann komme ich jetzt mal zu meinem heutigen Thema Und das heutige Thema ist Äh was ich Playen wir dann als Team The World Äh Aha bei Bei Legs nicht LOL Ähm Egal Also das heutige Thema ist Apple vs Android In Klammer auch Samsung vs Apple Äh Sam Äh Apple Äh nicht Apple Ios was ist Android wie auch immer man dazu sagen will Man kann das Das Betriebssystem nehmen Aber Ich bin einfach Naja Also Ich hab jetzt nicht unbedingt was gegen Apple Aber Ich ich finde einfach Android besser Es ist billiger preiswerter Es bringt einfach mehr Und äh Und äh Und äh Halte doch das was es verspricht Das iPhone Äh Ist mehr nur so Dieses äh Hipster Mainstream Zeug Und dass ich Leute nur kaufen Um sich cool zu fühlen Dass sie eben ein iPhone haben Weil ja ein iPhone So toll ist Weil man ja selber keine Eier hat Badum Und so mein Gott Alter der war schlecht Ähm Äh also Android ist auch extrem gut Das kenne ich aus eigener Erfahrung Für Gaming geeignet Ich kann euch das auch mal zeigen Wenn ihr dazu ein Video wollt Ich hab ein Tablet Mit Tegra Quad-Core Prozessor Und das muss man sich mal denken Ein Ein iPad hat keine Chance gegen einen Ein Tablet mit einem Vier-Kern-Prozessor Weil Wow Oh sorry 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 Hatte schon Angst Zyl Mein kleiner Zülchen CYL Ja meine Kids sind gerade bei 51 Nein Fail Fail Ich gehe jetzt ganz langsam Wow Wow Nein 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 Okay Dort 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 Er läuft auch untergefallen LOL Best Friends Forever Ähm Döde Oh 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 Nein Nein Du zerstörst mich nicht mehr aufnommen Also eben groß und ganz so wenig Android besser Das Jahr Apple ist einfach mehr so ein Massenprodukt Was was wo man sich nicht wirklich viel aussuchen kann was man genau eigentlich bekommt Da kann man sich nichts aussuchen mit dem Prozessor nicht die die Stärke des Äh der Rahmen bla 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 man kann sich nichts aussuchen Bei Android ist das ganz anders da hat man eine riesen Auswahl Und äh anscheinend kaufen genau deswegen weil sie nichts von Technik verstehen Und iPhone einfach dass das äh zum Beispiel iPod iPhone iPad einfach das teuerste ist was man finden kann Kaufen sie genau das weil teuer Bedeutet dass es kein Billigsdorfer Zeug ist und das weil und das bedeutet dann dass es Qualität hat Aber Nur weil es teuer ist muss es nicht Qualität haben Ähm Ja also eigentlich habe ich jetzt schon genug über das Thema geredet mir ich habe da jetzt gar nicht mehr so viel dazu zu sagen Wenn mir noch was einfällt ähm Zu diesem Thema Wenn mir noch zu was zu diesem Thema einfällt dann sage ich das auch und äh so lange werde ich mal diesen Yes in der Kiel Oh Mann das ist so nice wie schlecht die sind Weil Ich Die die spielen insgesamt schon keine Ahnung Boah wie so drei Stunden Und ich bin ich habe ich hatte die ja schon mal ich hatte die überholt ich war erster Da muss ich neu aufnehmen Hab äh bin ich bin aus dem Spiel geläftet Und da muss ich wieder alle ja dann muss ich wieder neue Kiels machen Und die ja und da habe ich nicht mal ganz nahe äh zehn Minuten gespielt Und bin jetzt schon wieder bei 53 Kiel ist das doch mal nice Yes in du kleines Fickgesicht Ich habe auch Facebook Ich Auch D Oh 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 Sorry 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 Ich schlage immer den, äh, Zyl. Warte, geh, he, rein. Jo. Wow, er geht rein. Wo auch immer er rein geht. Wow, 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 er geht rein, er geht rein, er geht rein. Oh man, geh mal da oben runter, ich will gegen dich kämpfen. Ähm, ich sehe irgendwer, hallo. Ich hab die wenigsten Kiss. Ha, ha. Okay, ähm, ja komm. Ist da jemand? Ist hier jemand? Ist hier jemand? Ich hüpfe da jetzt einfach runter und gehe zu denen drauf. Ha. Oder kommen wir nicht runter? Ciao. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Ba, ba, ba. Bum, 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 bum. Okay. Ja, genau. Genau. Jetzt ist er runtergehüpft. hüpft du kann es sich nicht willst du mich schon kommt darunter kommt bis zum nächsten Mal Okay, sorry, dass ich jetzt länger ein bisschen leise war. Ich guck mal, wie lange schon... Okay, ähm... Warte... Nehme... Noch... Fertig... Auf. So, also jetzt kann ich mich wieder ganz euch widmen, liebe Zuschauer. Lol, was? Dieh ich schön aus. Ja... Nein. Ja, ja, er sieht, er sieht wunderschön aus, das äh Termine is next top-trottel... Ja, Termine is next top-trottel... Bist du. ich habe nichts gesagt dass ich habe mich gesagt dass nicht schön bist du bist halt nur zu einem ist nix top trottel kommt ihr auf halbwegs zu näher ich also ich komme nicht nee nee kein Böck okay ein bisschen merkwürdig die Aufnahme bis jetzt um hast du ein Bild Sonic wo seid ihr da ist jemand runtergefallen wer war das das war glaube ich erzählt man komm ja ist was sollte man meine Aufnahme okay Lars habt ihr die Adresse ja hab mal egal ich schreibe einfach nur ja was schreibe ich eigentlich wow was machst du cheat cheat cheater ja lol okay jetzt wird es wieder spannender ich gegen gegen meinen Kumpel Pro Bro Yo for Show er ist nämlich nicht schlecht aber ich bin auch nicht schlecht komm her ja lol ich habe nur Leben verloren das geht sich nochmal aus sogar hä wow darauf war ich jetzt nicht konzentriert ich hätte gedacht du bist noch oben mann diese Böbel ja endlich mal wieder jemand ja hüpfst du weg hüpfst du weg Macbook Macbook Mac okay das war nichts aber mal wirklich nice der er hat viele Kiel aber er spielt doch schon viel länger als ich habe ich schon wieder wirklich viele dafür dass ich so hä hä hab ich denn jetzt grad gekillt echt merkwürdig ist mir nicht aufgefallen hä ok lol ich kill jemanden ohne dass es mir auffällt das muss man mal schaffen ähm Jolo Swag hallo 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 hä ha ja ja was war das eigentlich gerade das warum hab ich das gemacht ich weiß selber nicht genau also er ich hoffe euch gefällt das ganze ist das Projekt so oft no smiley no Doppelpunkt D Doppel D hehehe oh 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 ja oh 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 ich krieg den Orgasmus weil ich geworben ha 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 oh mein Gott das war jetzt bisschen wirklich bisschen merkwürdig wenn ich einen Orgasmus bekommen würde weil ich gewonnen habe ja das wäre sehr merkwürdig sogar also ich hoffe mal die Folge war nicht allzu fahrt dann mache ich auch mal einen kurzen äh oder auch langen Cut und wir sehen uns dann wie also das ist jetzt eigentlich schon das Ende und wir sehen uns dann halt äh irgendwann anders wieder und äh also im nächsten Part wenn ihr dann noch zuguckt und tschüss mal ich mein wir wir wir